Diesmal war ich wirklich Dodo und hab nicht nur so getan und Dalu hat mir ein bisschen geholfen aus Versehen und die Runde ist dadurch sehr lustig geworden, will nicht zu viel spoilern, weil wenn ihr jetzt denkt, wow, da hast du aber sehr viel Glück gehabt, aber warst auch sehr schlau. Super Dodo, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, viel Spaß, tschüss. Ich bin am Anfang der Runde, gleich wieder da. Adams ist böse, er das hier, der weiß das schon. Dalu ist Feuerwehrmann, Dalu ist Feuerwehrmann. Keine Zeit, musst Haars machen. Wo ist denn die hier? Hier unten, oder? Du, 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 du. Mann, ich bin schon wieder so langsam. Kauf dir bessere Schuhe. Ich versuch's ja. Da ist jemand als Temo. Ich muss ganz schnell Tasks machen, Hilfe, Hilfe. Oh, ich... Ja, schnell. Ich versuch's ja. Ich bin wieder da. Ich dachte, ich bin tot, oder? Nein, als ob. Abvorher ist jemand an mir vorbei. Oh, dachte ich jetzt aber auch, Dalu, weil du bist runtergegangen, und da lag der farze Leiche. Sandy und ich haben Dalu beschützt. Ja, ne, Tim kam zu mir, ich glaub, Dalu ist böse, oder? Und hab ich so, nein, ich mach grad was. Und dann wird schwarz reportet. Achso. Okay. Sag mal, gleich die Katze, was ist mit Juli da oben passiert? Du hattest auf mich aufgepasst, oder? Du standst grad neben mir. Ich hab die ganze Zeit auf mich aufgepasst, ja. Und als Juli mir zu nahe gekommen bin, hab ich zugestochen. Wow. Nein. Juli schon wieder. Aber Juli ist irgendwie tot, ne? Der hat sich bewegt. Der hat sich bewegt. Der hat sich in den Nebel gelaufen. Ich wollte, genau, ich wollte Tim gerade warnen, dass hier rumgeht, dass jemand behauptet, dass er in den Nebel gelaufen ist. Ja, er ist in den Nebel gelaufen oben in der Mitte. Da kannst du nicht rein, wenn das so hell gelb ist. Was für Nebel? Wer ist denn in den Nebel gelaufen? Unter dem Brunnen, das ist Nebel, da kannst du nur als Böser reingehen. Was für Nebel? Ich hab so einen schwarzen Block, wo ich gegen renne. Nebel. Ja, 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 ja. Ich renne immer gegen schwarze Blöcke, gegen die ganzen Runden. Okay, lass uns Vokale-Vote machen. Der, der die meisten Vokale hat, wird als erstes gevotet. Was ist ein Vokal? Was ist ein Vokal? Oh, Items. Sie sieht gar nicht gut aus für dich. Oh, Items. Ja, ich wollt grad sagen was. Was sind das nicht Selbstlaute? Sind Selbstlaute Vokale? Nein. A, E, I, O, U. Ich brauch das erklärt, das ist ne Bildungslücke, die mich traurig macht. Ja. A, E, I, O, U sind Vokale. Also sind Selbstlaute. Knechti hat die meisten, ja? A, E, I, O, U. Ne, Knechti hat aber zwei, oder? Was für Pokale. Pokale. Wanderpokale. Wanderpokale. Erster Platz. Also sind Vokale Selbstlaute. Gut. Wieder was aufgefrischt. Grundschule wiederholen. Selbstlaute. Sammy. Äh. Franzi kam grad vorne aus dem Nebel vom Meeting. Das hab ich jetzt nicht mehr sagen können, aber Franzi ist glaub ich ein Poster. Die kommen aus dem Nebel. Okay. Wie? Es geht nicht, Kippee. Das war eindeutig ein Double Kill. Ich wars. Es gibt nur Morphle, wenn du jemanden getötet hast. Jordan Kehl und possessions. Es war's wirklich du, oder? Ich war's. Ich bin Ninja, ich hab mich selbst gewodet. Boah, das ist super그럼 krass von mir gewesen. da liegen zwei leichen nebeneinander habe ich beide gemacht also hat mich eigentlich richtig abgeholt ich mich auch abgeholt muss ich sagen ja das ist okay so einfach so ein so was schon abholen kann also ja ja weil ich noch über nachgedacht habe was ich sage wenn ich jetzt die leichen gefunden werden deswegen ja warte warst du da nicht gerade rechts an der seite neben neben dem balloon ich war hier links also rechts von diesem monster war ich gerade ja das muss daloo oder sammy gewesen sein aber ich glaube das war wirklich das kann nur ich gewesen sein jawohl schöne runde daloo schöne runde neun kommt wow hat er jetzt gewonnen ja bin ich mal gespannt was jetzt passiert warum hat sich daloo da raus wurden lassen wusste dass ich tode bin ich hätte sagen müssen nein das war ich wäre cool gewesen wenn ich gesagt hätte das war ich das war ich gar nicht also ich glaube er wollte dass ich unsicher werde ob er dodo ist weil ich bin ja der ninja und habe den jacke gemacht ich glaube daloo ich glaube daloo hat gehofft dass ich denke dass er dodo ist und deswegen sage nee das warst du gar nicht dann hätte er mich gewusst dass ich das bin aber ich sag das natürlich nicht weil wenn er dodo ist verlier ich halt wenn er nicht dodo ist verlier ich nicht ist mir egal kann das auch sein dass er der revenge dodo war und so und wusste wer der andere dodo ist da stand erst irgendwie so wenn du dann halt tot bist ist das irgendwie wo du willst oder so also das schließt du komplett aus ja ja wir wollten kippie okay der hat mich schon komisch angemacht wir haben sogar den test gemacht was machst du kunden dran ich hab jetzt auf lässt gewonnen oh weia das war ich nicht warum wurde dir mich 9,8! Atastrophe. Atastrophe. Grüße als ihr glaubt. Na? Ich hab's zu spät gerafft. Ich hätte da mitspielen sollen. Nein, meine Idee war, ich versuch das seit zwei Wochen, wo wir Goose Goose Dark spielen, versuch ich auf der Map Killer zu werden. Er will mich rausvoten lassen und will alle mit dieser Bodenfalle töten. Jetzt war ich wieder tot und es gibt wieder keine Bodenfalle. Wo ist die Bodenfalle? Ja, dass das Tritt weggeht. Ach so, Bodenfalle? Ich hab alle gemacht. Rechts unten war dann auf einmal Türen zu. Ja, das ist ne 50-50, wie das Messer zum Beispiel bei den Dingen. Ja, so ne Scheiße. Das war mein Plan. Ich hab alle Sabotagen gemacht, haben offensichtlich gekehlt, hab mich rauslauten lassen und wollte euch mit Fallen töten. Katastrophe. Und ich töte Sami, sag das fällt jetzt nicht auf, weil ich einfach Schwäbisch reden kann, lauf zu meinem eigenen Teammate, sag was in Schwäbisch mit hoher Stimme und er tötet mich instant. Ja, das würde ich aber auch. Wenn ich böse wäre und die Identität von den Leuten annehmen würde, die ich töte, dann wäre es eigentlich der beste Weg, dich zu töten und dann einfach die ganze Zeit Schwäbisch zu reden. Mach das mal. Mach es! Tu's! Ich kann aber nicht töten. Bei uns im Pflege wäre das nicht passiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.